an ihren namen erinnere ich mich Okay Das ist komisch, Esel Esel Wo ist der jetzt schon wieder hin Ich glaube ich bin so auch schneller So So, komm Objekte Die Pferdepfeufe Kann ich eigentlich auch direkt mal Als Na Da, müsstest du doch da So Komm mein Lieber Wirbelwind Oder wie der heißt Ab nach oben Ich frag mich, was der Jesper jetzt schon wieder gemacht hat So So Wie weit müssen wir weg? Nicht weit, okay Okay Ist Hoffentlich Richtig, wie wir latschen Hm? Hier irgendwo Hier irgendwo Müsste es doch sein Ja Da Zack Alter Getreidespeicher Ne Hier ist nichts Hey Aua Aua Mein Geldbeutel Äh Ich Äh Ich Verstehe nicht, äh Der ganze Ich brauche einen Lagerplatz Dein Speicher steht fast leer Ich würde mir verdammten 15 Wöschel Das ist nicht genug Fällt sich als hättest du Juwelen Am Schlüssel für den Hafenkeller Ab 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 So, das war's mit euch Ratten. Schrank, was hast du mir zu bieten? Einen Hammer. Uhu. Ein Enderer à la Groschen. Bieste. Zutat unbekannt. Salz und eine Silberschüssel. Gut, gut, dann... Schriftstück der Leiche an der Bauernküste. Was hast du denn uns zu sagen? Ne? Schriftstück... Da. Ich gestehe hiermit meine Söhne. Nein, aber ich... Kinder und... An den Höchstpiken. Okay. Nicht wirklich geil. Gucken wir mal, wir haben den nächsten... Esel? Da vorne bist du ja. Hallo? Ach, das ist gar nicht mein Esel. Ey. Wieso? Komm. Gib mir meine... Ah, zu weit. Ja. So. Ab. Weiter geht's. Wieder zurück in die Stadt. Mal gucken, was Jasper so gefunden hat. Das fände ich jetzt interessant. Schreitet wohl. Mesdames. Ich glaube, ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Na ja, jetzt, wo ich die geile Rüstung habe und so weiter, könnte ich es wahrscheinlich noch mal mit den Sternlings-Truck mal aufnehmen. Na super. Da habe ich aktuell... Wieso? 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 Verdammt nochmal. Will der mich nicht hier reinbringen? Hm? Wieso? Oh, das kann hier oben nur schief gehen. So. Wurich von Handeln. Lasst mich doch vorbei. Von der... Anderen Seite hier hoch. Da hätte man sich aber auch ein bisschen mehr Mühe geben können, hier so an manchen Ecken. Oh, ruckel, 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 ruckel. Es liegt aber am Spiel, nicht an der Aufnahmesoftware aktuell zunächst. So, komm. Ab da rein. So. So. Nein. Wie soll ich denn... ... 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